Christian Methorus, Sie kommen mit dem Mücke-Team zum DTM-Runde auf dem Lausitzring. Sie haben schon gesagt, der Lausitzring ist Ihre Lieblingsstrecke. Warum denn? So einfach die Kurvenkombination, gerade im ersten Sektor. Die Kombination aus langsamer und schnellen Kurven, gespickt mit der ein oder anderen Bodenwelle, macht den Lausitzring einfach aus und ich komme hier von der ersten Minute an sehr gut zurecht und ich freue mich jetzt darauf, dass es endlich losgeht mit der Saison. Wir haben ja doch eine extrem lange Winterpause hinter uns. Deswegen ist es schön, dass es jetzt endlich wieder losgeht und Action gibt. Sie haben schon die Bodenwellen angesprochen. Einige Piloten der DTM sind da nicht ganz so zufrieden, die sagen, das ist richtig anstrengend hier zu fahren. Wie ist das für Sie? Ja, absolut. Es ist in den letzten Jahren auch anstrengender geworden, da sich die Autophilosophie verändert hat. In den letzten Jahren waren es ja doch Tour- und Wagensport und in den letzten Jahren entwickelt es sich immer mehr in Richtung Formelsport. Das heißt, die Federwege werden geringer, die Autos werden härter von Jahr zu Jahr, um einfach die Aerodynamik zu verbessern. Und das macht es natürlich herausfordernder, gerade auf einer Strecke in die Valic ist. Sie haben auf dem Lausitzring die erste Pole für sich damals geholt. Was ist denn dieses Jahr für Sie möglich? Ja, ich denke, wieder ein ähnliches Resultat. In den letzten Jahren habe ich mich immer hier gut angestellt. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder drauf. Wir haben ein starkes Auto, das im Winter nochmal überarbeitet wurde. Und ich glaube, dass wir gut vorbereitet sind. Und ja, es gibt Zeit, dass es losgeht. Und wenn Sie auf die ganze Saison schauen, was ist so Ihr Ziel? Was wollen Sie erreichen? Ich will wieder bester Mercedes Pilot sein. Ob es am Ende für die Mannschaft reicht, das ist jetzt noch zu früh zu sagen. Da spielen natürlich auch mal andere Faktoren mit rein. Aber ich will auf jeden Fall bester Mercedes Fahrrad sein. Und Ihr neues Team Mücke, haben Sie schon gesagt, ein Sieg für die, das wäre auch so das kleine Highlight? Ja, absolut. Das wäre das Highlight. Natürlich wäre es schön, wenn es relativ früh eine Saison passieren würde, um einfach die Motivation nochmal ein bisschen zu pushen. Ich glaube, das Team Mücke hat sich das absolut verdient. Sie sind jetzt, ich weiß gar nicht, über 5, 6, 7 Jahre in der DTM unterwegs und haben noch kein Rennen gewonnen. Und ich glaube, das ist absolut überfällig und das wollen wir an diesem Jahr angehen.